So, welches City-Bild? 3 City-Bild 3 Sollen wir uns die Geburt teilen? Willst du die zahlen? Soll ich die zahlen? Wie viel ist das denn? 2.000$ 2.000$ 2.000$ Seht ihr? Ihr seid cool Was? Ihr müsst mal das Middleman-Video sehen Ich glaube nur mal 64 und 65 Coolness-Killer Und dann Tiger HD Coolness-Killer Black Vitor Profi-Scammer Ihr schlacht euch echt weg Ja, das ist Dark Souls-Games Wohin muss ich? Dark Souls, also DXR DXR Dark Souls Ja Das GS hier Jo Kann ich dir die 21k payen und der payt dir dann den 1k? Ja klar Okay Ey, Valtruide Ähm Ah warte, ich muss Geld abheben, warte Ich hab dir schon mal einen K Kannst du mal bitte dein Prefix so machen, dass ich auch sehe, dass du du bist? Ja Ich seh nämlich hier nur Zahlen-Salat Ja, jetzt hab ich dir gepaid Ja, das geht schlecht, weil das ist mein Rang weg Also, ich hab keinen Rang mehr, deshalb hab ich das so Mhm Hab ihm gepaid, also Okay, dann vertraue ich mal darauf, dass tatsächlich die 1000 Dollar, die aus dem Nichts kamen von dir sind Das ist ein Profi-Troller Das ist ein Profi-Troller Er wartet stundenlang, beobachtet meinen Stream Und im richtigen Moment überweist er mir die 1000 Dollar So welchen soll ich jetzt das geben? Äh, mir Zwölf Uhr Supreme Direkt rüber, ja Und dann gibt er dir das Geld, der Valtruide Und dann geb ich dir 20k Pas Muchas gracias Boah, die Kiste ist aber toll Valtruide, möchtest daraus was haben? So Jetzt prübe ich mal zwölf Uhr Supreme als Besitzer Slash P XR K Sol 20.000 Nein, ich hab 200.000 überwiesen Kleiner Scherz Nein, ich hab nicht so viel Ey Ich hab mich grad herbe erschrocken Echt? Bin ich jetzt reich? Ey, wenn der erste so weg ist, Alter Tschüss Danke Bis morgen Mach immer gerne Geschäfte mit dir